Jetzt ist er auf und nach vorne macht er das Tor. Schießt er ihn rein? Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Die Chance jetzt. Oh, er traut sich aus dieser Entfernung. Fast der Treffer. Der Kipp hat den Blick gerechnet. War ein guter Versuch. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Klasse Zuspiel. Gehalten. Unglaublich wohl. Und er schießt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt das Spiel aufziehen. Das Tor macht der Kipp. Und jetzt die Schoß. Und er trifft. Der Treffer hier aus kurzer Distanz, das ist dann am Ende kein Problem für ihn. Schöne Aktion. Der Mann spielt der Wutz. Das war knapp. Ganz im Gegensatz zum Spielstand. Endlich mal eine gute Aktion. Und sonst geht der Wutz. Und sonst geht der Wutz. Schöne Zuspiel. ZAPI 1! Vielen Dank.